Insider-Informationen um Nord Stream 2 führen jetzt zum ersten verhängten Bußgeld einer deutschen Behörde. Es geht auch um Robert Habeck, sein Ministerium, dem ehemaligen Staatssekretär Greichen und auch Verstrickungen von Herrn Habeck und seinen Mitarbeitern in Unternehmen der Gasinfrastruktur in diesem Land. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute geht es um Nord Stream und es geht hier um das erste wegen unterbliebener Veröffentlichung von Insider-Informationen verhängte Bußgeld einer deutschen Behörde. Doch wir müssen alles Stück für Stück aufarbeiten. In der Zeit 2022, in der kein russisches Gas mehr geflossen ist oder zumindest zu wenig und die Gasspeicher leer waren, hat sich doch unser Bundeswirtschaftsminister dazu entschieden, über den Staat Gas auf dem freien Markt einzukaufen, koste es, was es wolle. Dazu gibt es die Trading Hub Europe GmbH. Das ist dieses Einkaufsunternehmen, welches hier für den Staat tätig geworden ist. Die Trading Hub Europe GmbH ist allerdings auch der Marktgebietsverantwortliche für das Gasnetz und er entscheidet, wenn es keine ausgeglichene Ein- und Ausspeicherbilanz mehr gibt, dass eine Gasmangellage ausgerufen wird oder eben nicht. Und diese Trading Hub Europe GmbH hat hier Milliarden Schaden angerichtet für den deutschen Steuerzahler, aber vermutlich auf Anweisung von Robert Habeck. Nach Informationen des Tagesspiegel Background gibt es aus Parlamentskreisen die Information, die Bundesregierung beauftragte Trading Hub Europe, bis Anfang November 2022 knapp 50 Terawattstunden Erdgas einzukaufen. Soweit so nichts Ungewöhnliches, dass der Staat dann hier vorgibt, das Gas einzukaufen. Allerdings haben wir es hier mit richtigen Amateuren zu tun. Der Durchschnittspreis für eben dieses gekaufte Gas lag bei 175 Euro pro Megawattstunde. Deutlich über dem Marktpreis, Einkaufsvolumen hier knapp 8,7 Milliarden Euro, wohlgemerkt aus Steuergeldern, vorfinanziert. Die Bundesregierung, sie schweigt zu den Details der Geschäfte bis heute. Das Wirtschaftsministerium hält die entsprechenden Informationen unter Verschluss. Sie werden als geheim eingestuft, selbstverständlich, weil man könnte Herrn Habeck ja ihr Schaden am deutschen Volke nachweisen. Und jetzt gibt es hier allerdings Branchenexperten, also richtige Experten, die sich mit dem Thema rund um die Uhr befassen sozusagen. Sie kritisieren hier, Zitat, noch Monate nach Start der Gasbeschaffung habe der Staat ausschließlich am Spotmarkt agiert und die Positionen weiterhin nicht abgesichert. Das lässt sich nur mit mangelnden technischen und ökonomischen Fähigkeiten erklären, sagt hier der eine Experte. Und es gibt hier selbstverständlich noch einen zweiten Energiepolitikprofessor an der Hertie School of Finance and Business, sagte, die Trading Hub Europe GmbH hat sich angestellt wie ein Energiemarktanfänger, der nichts von Risikomanagement versteht. Im Ergebnis habe sich der deutsche Staat de facto als Spekulant betätigt. Das war die Trading Hub Europe GmbH. Doch wem gehört diese Trading Hub Europe GmbH? Sie ist ein Gemeinschaftsunternehmen, was unter anderem Gaskade gehört oder Gaskade oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Jetzt gibt es hier allerdings eine Verstrickung von ehemaligen Mitarbeitern von Herrn Habeck eben in dieser Firma. Die in Kassel ansässige Gastransport GmbH fungiert als Betreiber für die Errichtung des zum Beispiel ca. 50 km langen Pipeline-Abschnitts in der Ostsee für die Anschließung der ganzen LNG-Terminals, die wir inzwischen ja angemietet haben. Das sind ja diese Floating Terminals. Und das Mutterunternehmen Gaskade legt hier Wert auf die Feststellung, dass sie als unabhängiger Transportnetzbetreiber agieren und in einem vollständig regulierten Markt tätig sind. Das hat auch niemand bestritten. Allerdings betonen sie hier immer wieder ihre Unabhängigkeit. Sie gehören, also diese Gaskade gehört zu 50,02% der Winterschall DAAG. Sie halten hier also die stimmberechtigte Mehrheit. Die anderen 49,98% allerdings besitzt die SEFE, die Securing Energy for Europe GmbH, vormals bekannt unter Gazprom Germania. Diese wurde am 14. November 2022 auf Anordnung von Herrn Robert Habeck zu 100% verstaatlicht. Und hier haben wir quasi ein Unternehmen, wo der Bund zu 49,9% Einfluss ausüben kann auf diesen Gasinfrastrukturbetreiber. Und jetzt gibt es hier natürlich einen Mitarbeiter, der gewechselt hat. Und zwar der Mitarbeiter Ulrich Benterbusch ist gewechselt zu diesem Gasnetzbetreiber. Ulrich Benterbusch, derjenige Mitarbeiter, der vom Ministerium gewechselt ist zu diesem Infrastrukturbetreiber, ist in der deutschen und europäischen Politik bestens vernetzt. Er war im Wirtschaftsministerium tätig, im Bundeskanzleramt der Internationalen Energieagentur in Paris und aufpassen als Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur tätig. Die Agentur, die letztens ihren Chefposten neu ausschreiben mussten, weil sich Patrick Greichen dort beworben hatte beziehungsweise es dort Unregelmäßigkeiten im Bewerbungsprozess gegeben hat. Da tauchen sie wieder auf, die Familienamigos der Grünen. Sie sind sich alle ziemlich nah und sie verscherbeln hier die Posten untereinander. Jetzt ist hier das Hauptproblem daran, dass die Kritiker hier dem Bundeswirtschaftsministerium vorwerfen. Ein für die LNG-Infrastruktur zuständiger Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministeriums wechselt einfach die Seiten, um in der Wirtschaft den Kurs des Ministeriums durchzusetzen. Ja, wer hätte es geahnt, dass die Einflussnahme hier komplett von oben nach unten durchregiert. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Firma, Gaskade. Sie müssen jetzt 75.000 Euro Bußgeld bezahlen an die Bundesnetzagentur. Und das ist ja wieder phänomenal. In der Gaskade sitzt inzwischen ein Geschäftsführer, der ehemaliger Mitarbeiter von Robert Habecks Ministerium war. Und die Bundesnetzagentur, sie untersteht Robert Habeck, verhängt jetzt hier an Gaskade, wo Robert Habeck selbst dafür gesorgt hat, dass einer seiner Mitarbeiter dort Geschäftsführer wird, ein Bußgeld über 75.000 Euro wegen der unterbliebenen Veröffentlichung von Insider-Informationen um Nord Stream 2. Um was geht es jetzt hier eigentlich? Und zwar könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, Nord Stream 2 wurde im Sommer 2022 mit aller Vehemenz zu Ende gebaut, folgten Inbetriebnahmetests. Und es geht um diese Inbetriebnahmetests. Im August 2021, verzeiht mir, wir sind im Jahr 2021, kam es bei Gaskade zu IT-Problemen. Und diese Firma Gaskade führt alle Netzanschlusspunkte in Deutschland im Internet mit einer Karte. So findet sich dort der Netzpunkt Lugmin 2. Das ist der damalige Anlandungspunkt für die Nord Stream 2 Pipelines gewesen. Und es gab hier im Zuge der Tests für die Inbetriebnahme abweichende Werte. Und zwar gab es Gasdurchfluss, der größer als Null war, weil man ja Tests gemacht hat. Und das hat für Spekulationen am Markt gesorgt. Und zwar, es geschah zu einer Zeit, in der die Pipeline Nord Stream 2 zwar nahezu fertiggestellt, eine Inbetriebnahme aufgrund der noch nicht erfolgten technischen und regulatorischen Zertifizierung jedoch nicht absehbar war. Und diese Bewegung, also diese Veränderung an der Gasflussmenge hat dann Spekulationen über eine finale Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2 ausgelöst. Und in deren Folge gab es einen kurzzeitigen, aber dennoch massiven Einbruch der Preise um 4 Euro je Megawattstunde. Und das ist ja eigentlich der Skandal. Das Unternehmen hier sah keine Notwendigkeit für klarstellende Mitteilungen an den Markt. Die Auswirkungen der fehlerhaften Veröffentlichungen sind aber nicht unbemerkt geblieben. Man hat das allerdings nicht für realistisch gehalten, dass der Markt denkt, hier wird die Pipeline in Betrieb genommen, also so richtig zertifiziert in Betrieb genommen, sondern es war klar, dass es hier Tests gibt. Die Geldbuße ist noch nicht rechtskräftig. Das Oberlandesgericht Düsseldorf könnte darüber nochmal verhandeln. Keine Informationen bisher, ob hier Gaskarde in die Revision geht oder ob man bereit ist, das Bußgeld zu bezahlen. Das Interessante ist jedoch, wegen dieser, also um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, diese Firma betreibt Messstationen an allen Gaseinspeisepunkten und veröffentlicht diese Daten im Internet. Und es gab bei den Inbetriebnahmetests von Nord Stream 2, gab es eben Abweichungen von 0, weil ja dann doch Gas geflossen ist, um diese Tests zu machen. Und der Spotmarkt hat reagiert, als wäre das ein Zeichen dafür, dass Nord Stream 2 final in Betrieb geht. Und darauf gab es hier einen Preissturz um 4 Euro je Megawattstunde. Was sind schon 4 Euro die Megawattstunde? Damals war es viel. Heute sind 4 Euro die Megawattstunde einfach ein Witz. Es ist aber ein Treppenwitz, dass jetzt hier anscheinend Robert Habeck zur Operation Gegenschlag ausholt. Und zwar, es gehe alle Reden von den AKW-Files, von dem Untersuchungsausschuss um die AKW-Abschaltung. Robert Habeck redet die ganze Zeit davon, dann bringen wir Nord Stream 2 auf den Tisch. Und er meint leider nicht die Aufklärung der Sprengung der Pipelines, sondern er meint die Verfehlungen der Politik vorher. Man möchte jetzt Nord Stream 2 als politischen Makel irgendjemandem zuschieben. Und da wird man dann Veröffentlichungen präsentieren. Es gab schon den ersten Teil. Allerdings, er will jetzt hier ablenken, genauso wie Frau Baerbock als Kanzlerkandidatin. Man versucht hier abzulenken. Das Europawahlergebnis wird ignoriert. Das ist die Operation Gegenschlag oder Frontalangriff, wenn ihr das so wollt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Das hier heute, ich denke, du hast davon nicht gewusst, dass es ein Bußgeld gibt gegen den Infrastrukturbetreiber in Deutschland, der die Gasnetzmesspunkte zur Verfügung stellt, wegen fehlerhafter Daten über Nord Stream 2. Das wird hier als Insider-Information gewertet und man kassiert dafür ab. Bei dem Unternehmen, was dafür sorgt, dass du und ich Gasspeicherumlage bezahlen müssen, weil sie weiterhin damit beschäftigt sind, das eingespeicherte Gas zu verwalten, staatliches zu kaufen, es dem Markt wieder zur Verfügung zu stellen und vor allem haben sie riesigen bilanziellen Verlust angerichtet, indem sie am Anfang der Krise, koste es, was es wolle, zu jedem Preis Gas gekauft haben. Und das, obwohl Monate danach die Speicher schon fast voll waren. Man hat immer noch utopische Summen bezahlt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, abonniere meinen Telegram-Kanal und kommentiere das Video. Damit bis bald. Abonniere den Kanal.